okay wir müssen gewinnen ist meine master in einen wunderschönen hast du dich inzwischen erholt ach komm sei doch leise wollen wir über das game heute sprechen ich dachte ich habe also ja ich habe ich habe mir mehr mehr gesehen als nicht gesehen aber ich weiß nicht ob das so gut für meine augen war naja die 15 uhr waren komplett geil ja dann war schwierig naja von mir ist kann er jetzt aber drei schnelle wins einholen dann bin ich auch auf dem account master ja ja dann machen wir acht schnelle winz aus mir auch machst ja okay das hört sich auch gut an weil die gegner hatte ich sie gepickt also ich mache mir da keine sorgen das shit roll einfach nur schade wir haben halt ein bisschen viel ap so würde ich sagen ja wir haben kein tanks ich wollte eigentlich olaf picken aber der wird leider gebannt sich auf seinem und haja munde hätte ich gepickt wenn die keine wehen hätten da macht selbst mund und kein spaß was hat jetzt nicht so viele geile stanz zum connecten auf den weh naja ich muss einfach auf meine eigenen fähigkeiten hoffen das stimmt das ich meine wir waren jetzt halt hier auch so ganz wird naja ich habe irgendwie zwölf games gespielt davon 11 gewonnen bis nach bis nach grandmaster easy going und dann acht games hintereinander verloren jetzt habe ich noch 350 richtig traurig ja du bist jetzt auch erfahren natalia spieler kann man ein bisschen hin und her ich habe euch ja auf einer pantheon thalian bottling gesehen hätte ich mich auch gesehen da ist einfach ein haus oder leona also besser ja das stimmt sind halt auch noch blubens ja ja Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, nice one. Ah, Aphelios hat geflasht. Ah, so. Das ist halt gerade noch so stolz gepinkt. Aphelios, no flash. Aphelios, no flash. Ja gut. I don't know about that man. I don't know. I don't know. stärker als meiner und soll hat oder habe ich drei ich werde für board krepp gehen das top ja nicht hart stop macht ein bisschen sorgen hätte gedacht dass das richtig hartes winning matchup ist wirklich mit ignite ja jetzt sind halt beide range wenn kann es ja aber quinn kann halt wenn es auto texplos ja das stimmt schon und die wird jetzt drei mann läuft müssen für drake schauen hier bräuchte ich vielleicht eine hilfe weiss nicht mehr ob das war für die lässt mir ein über ehrenmann blitz hier wenig mega wenig mann auf loben fox ist stehen soweit hinten ich bin hier auf jeden fall im start falls der gleich noch trifft dann habe ich knappe kiste Ah Okay Das Ding ist nicht im Bus schon wieder, oder? Oh Elise, warte, wie sind sie? Er hat doch Flash, Bruder Hopla Nice Die waren ja so heiß auf mich Ich bin auch ein geiler Typ Da muss man auch einfach was sagen, ne? Wir kriegen halt immer mehr Crossmap im Return dafür Ja Ja, stabil Mit 30 CS vorne Betray Night Kvp Ah gut, wir haben 2x1 getradet Aber Toplane verliert halt Aro bei Ich finde das wieder relativ strong Mal gucken Das sollte Morde ganz gut beantworten können Hopefully Nice Ich habe, wenn der Blitzkrieg da sein Tod nicht einfach akzeptiert, dann kämen wir sogar Wenn er einfach flashed, huckt Okay, wir da safe ist Hm So Die Diana ist noch relativ weak Wie kann ich die nochmal abholen? Und dann Harald into plates Und dann Harald into plates Das sieht gut aus Der erste A4 ist, vor dem ich ein bisschen Respekt habe, so der spielt echt nicht schlecht Ah, Elise könnte auch Topside sein Ah, wir haben keine Info über Elise gerade Entweder Return gank die Bot instant oder geht für Top Hm Aber ich habe jetzt erstmal die Spots Ja, die Spots, die Spots glaube ich Ja Ja? Okay, nice Dann setze ich Harald top Ich halte, wenn der Blitzkrieg seine Hooks nicht einfach so usen würde Das Ding ist halt, ihr müsst verstehen Blitzkriegs Pressure of the Lane ist komplett von seinem Hook abhängig Wenn er einen Hook ready hat, können die Gegner nicht ransetten, weil sie gehuckt werden Wenn der Hook auf cool land ist, können sie machen was dabei haben, weil Blitzkrieg kein Champion ist Und der schmeißt halt so random Hooks raus, die so eine 5%ige Chance haben zu hitten Und eine 95%ige Chance haben uns die Lane so ein bisschen zu versemmeln Und die ist immer noch da Boah Ja Morde Kaiser ist Maschine Wir haben auch zwei Kills Gold Oh ja, das war, oh mein Gott, sehr schön Geiles Ding, geiles Ding Möchtest du sein, will ich den töten hier? Der wird hier noch irgendwo schimmeln Wir haben hier 30 Sekunden Drake, ne? Dafür müssen wir ready sein Ich hab TP Oh, ok Oh, hier kommt was Oh, hier hat ne Bane rein TP'd Die hat keine Ult Ja, ist egal Das hab ich ja gar nicht mitbekommen, alter Wotterfuck Hast du aber auch mal da Ich war einfach auf einmal da Scheiße Zwei Darks jetzt sind auch nicht so studien Ja, vieles muss auch nochmal resetten Der ist unbekommen Ja, das soll der Timing Technisch passen Hast du Wotplacen? Ja, ja Ich tippe auf die Lane Ja, die machen Lane lieber Möchtest du gucken, ob du den hier Ah, die werden hier irgendwo sein Sonst kannst du für Affilias gehen Ist dead Oh, schön Jetzt müssen wir zum Drake Ich steh, wir Braucht ihr mich oder kann ich mich haben? Wir können näher, Botplates Ja, Botplates, Botplates Ist besser Also wir werden dich sehr wahrscheinlich noch brauchen, wenn ihr das contesten Sag mal Bescheid Ja, bis jetzt mach ich komm einfach, weil was hast gepusht Wollen wir dich lieber in der Mitte placeen? Was, place, place? Ja, weil ich bin dumm Weil du irgendwas von wegen Plates gesagt hattest Habe ich auch damals an Herold gedacht Okay, nice, nice Bot kann gerade gar keiner sein Außer Affilias natürlich Haha Ich schaue mal, ob ich runterkommen kann Weißt du, das Summon hast du nicht? Der sollte nix haben Der sollte nix haben Ah, Phil nicht reindirpen Oh, mein Gott Da hab ich reingedirpt Wie machen die Affilias immer mehr Schaden, als wenn ich Affilias spiele? Ja, ich hab mich honestly auch ein bisschen übereinander War auch einmal wirklich schlecht Oh, klar Oh, no Der macht legit deutlich mehr Damage, als ich, wenn ich nur Essence Reaver habe Versteh ich nicht Seine Outtakes machen so 200 Schaden pro Attack, meine so 3 Übel dumm Der hat dich einfach gethreeshottet gerade Ja, ja, ich war wirklich ein bisschen wundern Das mach ich nicht, wenn ich Affilias spiele Aber ich weiß nicht, ob du 14 Minuten Essence Reaver hast Daran findest du ihn Maybe Aber wenn ich die Tower da besser placeen überlebe ich jetzt, ich hab den hinter mich geplacen Ich freu mich Hat schon böse weh getan, ey Du bist ein Massaker-Botlane, Alter Ah, der Mordekaiser ist so Boah, der ist sau stark, ey Henrik anfängt Ja, der Affilias spielt gut auf jeden Fall Der könnte auch noch was rummarschen Warum guckt er nicht einfach? I don't know Also lange der Connection ist, das hat ja kein Problem mehr Pusche Mitte Die kommen runter Die sind hier immer noch gestackt Ihr müsst da aufpassen, die kommen runter Wir machen Running Man Okay All Gucci, all Gucci All Gucci Okay Oh, Mathematik Gern wir mit, CC? Gern wir mit, CC? Gern wir mit, CC? Gern wir mit, CC? No, no way Gerade keine Kombo für 10 Der Hooker wird zum Cooken Die sind Low 2 Wurzwerber kriegen Wir können gleich auch wieder für Harald spielen Da, da, da Oh, da ist ja Die sind irgendwo im Topside-Jungle gerade Oh, ist es hier? Der Tisch geht aus Mordekaiser ist dahinten Jo, okay Ich werde Mordekaiser helfen, da wird gleich noch mehr kommen Oh, die ist hier rüber geflasht Ja, auch Wait, oh Achso Okay, nice Der hat noch nicht besetzt Jo, hier wird aber noch gefightet gerade Okay, jetzt hat er bisschen grooved Okay Ja, die kriegt Bot 2 Nice, wir sollten resetten für Drake spielen, das ist der dritte dann Jo, 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 spiel Okay Ich werde meinen Topside-Jungle davor noch clean Und ich auch base Ich kauf halt keine MR, ne? Ich geh immer verfolgt können, glaub ich Für maximale Knatterung geh ich Puh, sehr schön, aber ich kann noch Top Wave Achso, mach ich so gut eigentlich Okay Brauchst du Blut, oder kann ich nehmen? Ah, wird eh Also du kannst ihn durch haben Ja, dann nehm ich den rein Ja, dann nehm ich den rein, glaub ich Ich hätte Pinkwoods kaufen Ja, du spielst ohne Presence of Mind, ne? Ah, yes Was hast du ins Ausbilder? Äh, absolut Fokus und Waterwalking Ah, Waterwalking ist nice Ah, die Trade & Drake gegen Herald, so wie es ausschaut Aber, oder halt Wir können gleich für die Diana unten gehen vielleicht Ah Ich hab hier ne Wall Mitte wahrscheinlich In die Upstep Sie sind hier, hier ist Threshes around Ich glaub nicht, dass wir Oh, die Face checkt mich hier Hallo Motherfucker So greedy Oh Oh, Water wird gefightet Morde gegen Diana Ja, ihr liest es auch around Ne, ihr liest es bei euch Aphelios nolt Ich komm bitte Bruder Er ist einfach in den Tower reingelaufen Er ist gestorben Aphelios nolt Vorsicht, keine Welt Oh, meint wieder das hier Ah, ja Hey, 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 hey Oh, ich bin auch dead, glaub ich Oh, Queen ist da Oh Auch noch dead, oder? Oh nein Na, geht da nicht wehulden sein Ich dachte, ich kann nicht irgendwie saven, wenn ich die umburste Aber das ist nicht so einfach gegen unsichtbar Mit Dashes Schwierig Ja War out of position Ja, wirst passen, ich hab gesagt, heute spiel ich nicht so lange, aber da hab ich auch noch nicht gewusst, dass ich alle Games verliere Ich kann ja nicht schlafen gehen Ja, das sieht doch nicht schon mal gut aus Ja, das haben wir Ich verstehe immer noch nicht, warum die noch keine MR haben Jetzt hat er erst das Runa ist ja auch Ja So ein Terrible Item Gegen drei Ranges So, der hat doch überhaupt keine Abteil mir Ich verstehe nicht, warum Ach Item Builds bei manchen neue Sonja ist First beim Diana Äh Hä? Ja, Sonja ist First Interesting Ja, manche Leute Ne Einmal MOBA-Fire Und Gib ihm Oh, wir gehen hier für Thrash wahrscheinlich Oh mein Gott, wir sind hier so tief Das können wir, ich bin auch around Jo Jo Afer ist es low Dieses andere Lois Aferlias Hier ist eine Vayne Jo, wir sind da, wir sind da Aferlias dead Nein, ich versuche einfach gar nicht Ulz zu hiten gegen fucking Vayne Das geht immer nicht Ich will noch kurz den Herod, damit er hat er nicht gecharged Wir haben kein Smile Die haben auch kein Jungler Ich hätte da hinten die Quinn machen Aber Die ist ein bisschen schneller als ich Ich habe gerade keine Tower, ich bin eh nicht so useful hier Jungen Barron machen mit Talia, man muss so viel laufen Ist so anstrengend Jaja, ist so anstrengend, ne? So, gehen wir hier für Die haben eigentlich nicht so Den Double Pan brauche ich glaube ich nicht Junge, 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 wir haben ja eins zu eins das gleiche Item Build, ey Nur, dass ich statt Loons das Jungle Item habe, aber komm das gleiche Ist einfach so effizient Die XP Buffs sind einfach nur schön auf Jungle Ja, es war ja auch einfach nur balanced Scheiße Junge, ich war die letzten Games mit den Supportern immer auf dem gleichen Level Das war so ähnlich Ja, Supporter ist ja auch broken Ihr sollt ja auch scheiß Supporter sein, ihr könnt alle drei Lanes gewinnen Natürlich sollt ihr Supporter sein Ne, ne, das sehe ich nicht so Bring back Oracle Meter, no joke Alles Jungen, bitte Wir müssen gerade ein bisschen aufpassen, wir haben eine Minute auch vierten Drachen Okay, nächstes Bot Oh, da wird doch gefaltet, ich gehe da runter Oh, mal schauen Oh, der hat auch aufgegeben Ja, okay, klar So, ich dachte, der war Permacid-C Aber er hat einfach keinen Bock mehr gehabt Ich dachte mir so, was hat die da jetzt gerade gesnared? Ach, sein Brain Äh, wir kriegen ein Board in, ne? Oh, Action Soll ich's? Ja, doch, kriegen wir Boah, die will so hart hier ein Gozu machen Ich sehe das Ich glaube, die wird einfach gleich sterben Weil die Quills macht Soll ich dir mal einen Trick zeigen? Ähm, ja Weiß ich nicht Äh, gerade geht nicht Sonst können wir hier vierten Drachen holen Das ist auch ein guter Trick Ich kann den Affil das gerade one-shotten So'n Trick, also Genau so einer Okay, dann machen wir halt Drake Sehr gut Ich chill hier Ich muss auch sagen, ich gehe jetzt immer unterbewusst die ganze Zeit an den Scheiß Wänden lang Wegen der Thalia-Passe Lustig ist ja Heimatiger und Thalia-Passe ist ja beides nur Move-Beat Ah, true Oh, ich komme Ah, ich habe gar keinen Flash, lol Scheiße Das könnte es Habe ich gut geentet gerade Aber das kann das Dianna den da gemacht Scheiß Dreck Oh, ich dürfe ein bisschen rum Quinn kommt von rechts Der hat nur old Wen hat es nicht gewöhnt Ah, Thresh gemacht Ist natürlich auch die klassische 05 Diana, die mir in 3 Sekunden 1500 Damage macht, ne? Man kettinst auf jeden Fall Komplett stabil die Dame Nice Oh, wait, tötet Aphelios hier unseren Morder Oh, oh Was dachtest du denn? Der ist AD Carry, was dachtest du denn? Ah Der wurde komplett outplayed, der Junge Der vorne Der hat gleiche Items, ne? Darf ich dich noch mal drinnen, dass der Aphelios 5-7 gestalt hat? Darf ich den Chat noch mal drinnen, dass ich heute gesagt habe, ich habe fünfmal gegen Aphelios gespielt mit Heimatiger und fünfmal dachte ich, warum hat der AD Carry gepickt? Beweis Stück 6 Der arme Junge leidet Was soll er denn machen? Was soll er denn machen?